Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 27.12.2021 und damit einen der letzten Handelstage überhaupt im Jahr 2021. Wir hatten ja gestern auch schon ein bisschen einen kleinen, also was heißt gestern, vor Weihnachten einen kleinen Rückblick ein bisschen gemacht auf das zurückliegende Jahr, was ja unterm Strich im DAX jetzt sage ich meine, nicht ganz so euphorisch verlaufen ist, wir haben viel seitwärts, aber immerhin hat sich unser DAX zum Jahresende hier trotz Kälte und viel Schnee, der bei den meisten liegen dürfte, noch weiter hocharbeiten können und sogar noch ein paar Hochs hier im Blick. Wenn wir drauf schauen, brauchen wir so viel gar nicht besprechen, wir hatten uns darüber unterhalten, dass da oben der Bereich um 776 ganz interessant nun werden würde, dass es aber eben auch schon ein bisschen danach riecht, wie als will er sich durchschieben, will er sich Richtung 925 weiter drücken und dass man das auf jeden Fall auch einplanen sollte, einfach weil wieder Ruhe reingekommen ist, relativ gut durchdrückt, viele Verkaufssignale auch direkt wieder ausgekontert hat und damit ist er eigentlich jetzt noch drin. Wenn wir jetzt hier gucken, sehen wir schon, dass wir wieder sehr deutlich im Bereich hier um die 780, 750 reagieren, das ist auch nicht das erste Mal, das ist schon das vierte Mal, dass wir uns hier das Knick halb brechen, das ist das letzte Tief gewesen, bevor damals, also was heißt damals, so lange ist das noch nicht her, zu meinem Geburtstag knapp einen Monat her, hat es hier ein relativ fettes Abwärtsskip gegeben und das letzte Tief, die letzte Bastion hier unten, die ist eben 780 gewesen, das heißt viele, die danach auch von den größeren Marktteilnehmern hier überrumpelt wurden mit diesem Abwärtsskip, nutzten offenbar, das nicht von der Hand zu weisen, diese Niveaus immer wieder um alte Positionen, die sie vielleicht oberhalb aufgebaut haben, abzubauen und jetzt wird es daher sehr, sehr, sehr interessant, wie sich unser DAX hier verhält, ich würde schon ihm eher jetzt noch das Momentum auf der Oberseite zusprechen, dass er noch versucht, den Bewegungsabschnitt hier nach oben noch einmal fertig zu machen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wohin das gehen kann, sowas kann man sich auch mit einem Channel einfach noch mit herleiten, den ich dann hier einfach mal mit anliegen würde, wenn ich ihn denn mal finde, eigentlich liegt er hier oben und da ist er auch, indem wir einfach die Tiefs verbinden, hier ans Hochrand gehen und dann unsere Bewegungsziehe kriegen und da haben wir die 890, das wäre es ganz genau und eben dann die 925, das ist hier der Gap-Close zum Freitags-Close, eben bevor dieses fette Gap hier kam, beziehungsweise war es ja gar kein Freitag, 25. November, 24. November, 23, 22, 23, 24, 25, 26, dann war der 26. Freitag, das war Montag, also das Gap von Donnerstag zu Freitag gewesen. Genau, das könnt ihr dann eben noch zumachen, das heißt Platz würde ich ihm oberhalb von 57 ganz klar zum Montag, wenn der oberhalb von 57 rum pullert, ich würde einen Platz geben bis rein in die 890, bis in die 925, das ist für mich der wichtigste Bereich, ob du das jetzt zum Montag erreicht, muss nicht zwingend sein, er kann auch hier erstmal ein bisschen liegen bleiben und sich auch zum Dienstag das dann erst schnappen, ich rechne einfach nicht mit viel Bewegungshandel, das kann ich mir vorstellen, dass viele, viele Marktteilnehmer jetzt zwischen den Jahreswechsel und Weihnachtsfeiertagen einfach zu Hause sind, dem Parkett ferngeblieben sind, ihre Absicherungsgeschäfte getätigt haben, die einen nach unten, die anderen nach oben, da wird jetzt auch bis zum neuen Jahr keiner erstmal was anfangen, meistens sind nicht am Parkett, sind nicht am Platz, nicht am Desk und dementsprechend dürften auch die Umsätze ein bisschen geringer sein. Sollte das so ruhig bleiben, wie das Freitag, Donnerstag der Fall war, auch Mittwoch, würde ich jetzt hier durchaus sagen, im Zweifel oben hast du mal auf Laude laufen lassen, die 15,925 und die 16,60, das sind so die beiden Ziele, die hier oben schon noch attraktiv wirken, wenn er weiterarbeitet, insbesondere über 57, sehe ich entsprechend das Aufwärtspotenzial auf der Oberseite. Na, 8,30, dann als nächstes dann 8,90, 9,25, das wäre so die erste Station, das würde zum Montag vollkommen reichen, mehr muss er gar nicht machen und dann mehr so. Sollte er nach unten streben, ganz gegen der Erwartung jetzt, gegen dem, was er, dem Eindruck, den er die letzten drei Tage hier stehen lassen hat, richtig hart nach unten drücken, dann wäre erst mal die 6,70 Anlaufpunkt, vielleicht sogar ein bisschen tiefer, ja, doch, ja, 6,70, 6,60, das wäre für mich der erste Anlaufpunkt, das wäre auch eine gute Unterstützung, um sich nach oben zu drehen. Punkt ist es auch, es ist die beste Unterstützung, also wenn er nach unten dreht, dann geht er in die 6,70 rein, in die 6,60 rein, dort kann er schon wieder mächtig nach oben aufgezwirbelt werden, gut nach oben andrehen, neue Tageshoch setzen, sich weiter Richtung 9,25 arbeiten, sollte die 6,60 nach unten gebrochen werden, würde ich ihm dann aber auch Platz geben bis 5,65, 5,50 runter. Na, dass wir dann in die Zone hier reintreten und dann ist auch gar nicht mehr so viel, bis wir dann schon wieder einen größeren Rücksetzer haben, aber den würden wir uns dann zum Dienstag, zum Mittwoch angucken, würde ich jetzt auch gar nicht mehr so favorisieren. Ne, ich möchte es bloß erwähnt haben, dass er eben, wenn der, also ich sag mal, eigentlich kann man sich das wirklich schon einfach machen, ja, wenn der unter 7,50 nach unten arbeitet, dann sollte man den Fokus auf die 6,70, 6,60 legen, Punkt. Ja, wenn er aber über 6,70, äh, über 15,57 ist, ne, dann würde ich eher da Richtung Gap Close gucken, Richtung 98 gucken, Richtung Gap Close gucken und, ähm, das im Blick behalten und hier unten würde ich vielleicht sogar, könnte ich mir vorstellen, Long probieren, ne, war ich um 6,60, 6,70, solltet ihr das aber fallen lassen nach unten, eben auch einplanen, dass dann die nächste Welle halt auch nochmal gute 100 Punkte nach unten gehen kann halt, ne, also das muss man, das muss man ein bisschen im Blick haben, ne, dass der dann hier eben auch einen Satz noch nach unten machen kann. Gucken wir uns das Ganze im Tagesschau noch an, sieht das eigentlich ziemlich positiv aus, hat einen schönen Doppelputen hier stehen lassen, auch den Pullback auf die alten Abwärtstrendlinie, da steht erstmal ganz gut im Bild, ähm, natürlich wird von unten kommen, jetzt das Bollinger-Band hier, ein kleiner Gegner, ähm, liegt auch interessanterweise um 15,900 rum, also wirklich ein sehr interessanter Bereich für den Montag, aber, ähm, geht nicht davon aus, dass dort Sensit sein muss, also, sowas sieht man sehr häufig und, ähm, was der DAX dann meistens macht, ist dann halt auch wirklich das Band wieder nach oben aufdrehen und nach oben raussteigen, also wenn ihr euch mal so zurückversetzt, dann hier, ne, steigt ja, steigt ja genauso an, an so ein fallendes Band ran, hier, ne, wenn ihr das so seht, steigt an das fallende Band ran, dann hummelt so ein paar Simultankerzen einfach zur Seite und dann schiebt er sich das Band wieder nach oben aus und klickert hoch, das kann man eigentlich in allen Fällen machen, ähm, wo das immer mal wieder so aussah, ja, wie er jetzt drückt er sich da irgendwie in das Band rein und dann schiebt er sich, das hat er jetzt die ganzen letzten Male immer wieder gemacht, naja, ganz, ganz egal aus welcher Situation heraus, immer wieder nach oben das Band aufgezogen, ich meine, gut, jetzt sind wir hier schon fast ein Jahr zurück, ja, das ist vielleicht ein bisschen zu grob gegriffen, aber da wird sich einfach aufpassen, man, nicht, dass jetzt jemand wirklich seinen Horizont da begrenzt und sagt, naja, der DAX wird jetzt die nächsten drei Wochen nicht über 15.900 steigen, da würde ich wirklich aufpassen, ne, wir haben saisonal sehr, wir sind jetzt in einem guten Abschnitt eigentlich, ne, den schlechten Abschnitt, den haben wir schon hinter uns gelassen, auch wenn man es im Chart gar nicht sieht, ne, es ist ja so, das schwache Quartal liegt bereits hinter uns hier in dem Bereich, na, jetzt ist eher das gute Quartal drin, ähm, und beziehungsweise jetzt auch Januar, Februar sind in der Regel auch nochmal gute Monate und wir gucken mal an, wie der Start im neuen Jahr dann wird, aber ich denke schon, dass das hier nochmal ein sehr, sehr, sehr wichtiger Bereich wird zwischen 9.25 und 16.60, also auch auf die nächsten zwei, drei Wochen, glaube ich, wird das so ein bisschen Entscheidungsbereich, ja, stößt sich unser DAX da nur drin ab und buttert hier wie, wie ein Bekloppter wieder sich unter die 200-Tage-Linie, glaube ich, darf man schon guter Dinge bleiben, dass da unten noch mehr passieren kann, auch zum Jahresauftakt, dass wir vielleicht sogar einen wirklich schlechten, schwachen Jahresauftakt kriegen, das könnte ich mir gut vorstellen, aber wenn er sich da durchdrückt und das Band wieder nach oben auftritt, also dann wird er auch mit neuen Allzeithochs ins neue Jahr reinstatten, das steht für mich dann eigentlich auch klar und das sollte man da ein bisschen im Blick haben, ne, das ist wieder so ein Bereich, wo ich dann einfach sage, also wenn der Markt jetzt, also auch schon die 7.50 zum Montag, das sind für mich wieder so Bereiche, erinnert euch dran, sowas sagt man immer mal wieder, wo ich einfach, oh, das muss man vernachlässigen halt, ne, und auch Bestandsposition, da vielleicht ein bisschen absichern, zurückstellen und dann sich nicht zu verkämpfen, ne, also das haben wir eigentlich an jeder x-beliebigen Stelle immer wieder, machen wir sowas, sagen wir sowas, auch hier haben wir das gesagt, ne, wenn die Trendlinie jetzt nach oben bricht, der Dax wie über 6.20 raussteigt, dann kann er eben nach oben, dann hat er keine Gegner, dann bricht er sich in den Abwärtsrennen und so weiter und was sehen wir halt immer an den Tagen, wo das passiert, machen die Leute nichts, gucken dann immer einfach nur zu, sagen sich dann, naja, aber heute ist irgendwie alles anders und jetzt kommt es bestimmt anders und er fällt bestimmt und was passiert, schwubdiwubb schiebt sich die ganze Kacke wieder hoch und was passiert mit den Leuten dann, dann sitzen die Leute an solchen Bereichen dann da und sagen, ne, jetzt muss ich aber meine Shorts beenden, solange kann ich das jetzt nicht mehr aussetzen, dann machen sie das Zeug zu und dann kommt wieder der ganze Müll zurück und deswegen kann man sich einfach sowas ersparen, ne, dass man vom Markt aufdiktiert kriegt, weil man rausgeht und in solchen wichtigen Entscheidungsbereichen dann einfach sich gegebenenfalls von der einen oder anderen Position halt auch drehen und für mich ist der Entscheidungsbereich jetzt hier tatsächlich die, auf der Ebene jetzt hier, wenn wir am Tagerstatt gucken, im Bereich um 925, 16.060, ne, die Zone, das ist für mich so entscheidungsbar schon alles, was über 16.100 wieder geht, also das sehe ich dann Richtung 16.400, 16.600, 16.700 und dann alles, was oben noch weiter geht halt, ne, also da hört die Welt nicht auf, ne, und auch die Linieinie ist kein Begrenzung, kann auch drüber laufen dann halt, ne, und das muss man sich schon ein bisschen klar machen, dreht er sich da schön runter, im Bereich um 925, 16.060, wie gesagt, kann ich mir das gut vorstellen, dass wir dann die 200 Taglinien nochmal ansteuern, auch wenn er jetzt zum Montag dann vielleicht doch schwächer ist, als ich das jetzt unterstelle, ähm, dann bleibt auch noch unten ein paar kleine Fenster unten, aber das gucken wir uns dann tatsächlich an, wenn der Montag jetzt geschlossen ist und Stand jetzt würde ich wirklich den Fokus da ein bisschen im Bereich um, äh, 98, 925 legen, ja, und mir die 6, 70, 660 zum Montag eben ganz genau angucken, wenn er unter 57 raus treibt. Gut, damit ist das eigentlich die Analyse, würde ich sagen, mache ich dann hier auch zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen am Montag, falls ihr denn überhaupt handelt und man sollte vielleicht nicht zu viel erwarten, ne, wir sind jetzt schon mit den Marken sehr, sehr, sehr breit gegriffen, ähm, kann man gut vorstellen, dass das, was ich jetzt heute in der Analyse sage, eigentlich morgen und übermorgen nur wiederholen muss, weil der Markt erst eine ganz kleine Teilbewegung davon auf dem Montag überhaupt erst mal annimmt, ne, und vielleicht gar nicht zu viel Bewegung ist, also das könnte ich mir gut vorstellen, ich rechne nicht mit viel Bewegung, soll mir aber ganz gut sein, also, denke, es passt ganz gut rein und von daher, ich wünsche euch was, gutes Gelingen und wir hören uns morgen wieder, bis dahin, tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.